Das größte Mario Kart 8 Comeback, das dann doch schief ging. Und zwar war ich in der letzten Runde auf dem 11. Platz und war natürlich noch top motiviert. Du musst es positiv sehen, es kann nicht schlechter werden. Der Goldpilz und die 8 waren dann natürlich eine sehr gute Ausgangsvoraussetzung, um noch irgendwas zu reißen in der Runde. Oh, große Comeback! Das große Comeback, 6. Platz. Jetzt kommt natürlich alles auf dieses Item drauf an und der Mario Kart Gott hat es wirklich gut mit mir gemeint, mit einem Stern und 3 Pilzen. Oh, das große Comeback meines Lebens! 5. Platz und ich kann doch aufholen. Doch wer jetzt denkt, dass ich Erster werde, sollte anfangen an Geister zu glauben. Das größte Comeback meines Lebens! Nein, ich bin der Erste und dann kriege ich mein Eis in die Clouds! Das kann's nicht sein! Das kann's nicht sein! Das kann's nicht sein! Käse stärker als Beton. Bandsklar!